Herzlich willkommen zum Herdebus Buddy Talk. Heute geht es mal um Schläuche. Wir wollen euch einen Auszug aus unserem Schlauchprogramm zeigen, was wir jetzt wieder erweitert haben. Im oberen Bereich seht ihr die 51 280 706 und 708, ein Standard PVC Schlauch für Scheibenwaschanlagen oder zur Entlüftung. In der nächsten Reihe haben wir die 51 280 540, ein Schlauch für AdBlue. Hier drüben haben wir die 51 280 350, ein Schlauch für bis zu 100% Biodiesel geeignet. Hier unten links haben wir dann die 51 280 195, das ist der Schlauch, der ist gegen Hitze, Ozon, Säure beständig und kann 50 bar Betriebsdruck abhaben. Und der letzte Schlauch in der Ecke hier unten, das ist die 51 280 275, ein Standard Kraftstoffschlauch für Einsätze, alles was mit Kraftstoff zu tun hat. Alle Schläuche, wie ihr seht, können wir natürlich noch auf so einem schönen Halter auch liefern, das ist die 51 280 660, dann habt ihr auch gleich alles sortiert und habt eine schöne Übersicht eurer Schläuche. Unsere Empfehlung von den Werkstatt Buddies, die Schläuche von Herd und Bus. Untertitelung des Auftrag des ZDF, 2020 Wir sehen uns. Wir sehen uns. Vlogen. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020